Oh nein, oh nein! Scheisse! Das geht nicht mehr raus! Nein! Aber genau so! Nein, du hast ja keine Ahnung! Brandio! Geil, auch eine Prachteste! Hoberle! Uiuiuiui! Oh, da ist noch ein Gang drin! So! Ah, ich muss schon Pause machen! Also, Reisehobel bekennen! Das war ein Projekt von mir innerhalb von zwei Wochen Vollgas. Heute gibt es ein paar Updates, die schon lange fällig sind. So, in einer so kurzen Zeit ein solches Projekt zu machen, ist natürlich sehr am Nimmig gewesen. Das habe ich aber gewusst. Dann ist ganz klar, dass es nach einer gewissen Zeit noch ein paar Anpassungen gibt. Und das machen wir heute. Und zwar, die Selbstmörder-Schaltung. Die wird komplett überarbeitet. So wie auch der Zylinder. Der ist ja schon vorbereitet. Das ist jetzt schon eine Zeit lang zu light. Das heisst, es wird überarbeitet. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr Drehzahl, damit ich im ersten und zweiten Gang noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit habe. Genau, da gibt es noch diverse kleine Details. Aber ich würde sagen, die zeige ich euch während dem ganzen Video. Und darum starten wir jetzt das schöne Update. Hm. So. Gut, gut, gut. Dann, was brauchen wir für das grosse Projekt? Hier hat nämlich Siri mal etwas gezeichnet. Hm. Hm. Also ich studiere ganz schnell die Zeichnungen. Sicherlich. Weil er das letzte Mal auch das Zeug gezeichnet hat. Wir haben das angeschaut, welcher der Haltepunkt für das Gelenk ist. Dass wir einfach eine Übersetzung haben, dass es oben ein bisschen kurzer Weg gibt. Also hier, wo ich die Pfote habe, das sind drei verschiedene Schaltärme. Und zwar, ähm, aus dem Grund drei verschiedene lange, dass wir noch ein bisschen spielen können. Obendrauf, wenn man merkt, dass wir zu wenig oder zu viel haben, haben wir da noch ein bisschen Varianten. Ein bisschen Varianten fahren. Natürlich auch wieder schöne Teile. Salzgeber. Ihr merkt, ich bin immer mehr dort. Ich bin ein verdammter Fan. Und es ist einfach geil, dass ich eine Grundlage habe. Ich habe mich jetzt absolut noch nie in das Ganze geschickt. Darum studiere ich jetzt das erste Mal die Pläne. Aber irgendwie, ich kenne das Motto. Ein fauler Mann ist ein schlauer Mann. Ich schiesse das eigentlich an, weil es gibt verdammt viel zu tun an diesem Ding. Und darum, der Cyril ist da. Er weiss noch nichts von seinem Glück. Aber ich frage nicht, ob er Zeit und Lust hat. Und dann würde ich gleich mal schauen, wo er ist da. Tiri! Hallo! Tiri! 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 Hey, du bist ein Penner! Oh! 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 Oh, становhaft auch Nossagar you won! Ja. Okay, das wurde der 3D-Tour für den Computer. Tiri! Was ist das? Hör jetzt jetzt! Hör jetzt! Mit diesen Schaltungen? Aber ich habe irgendwie nicht so Massen. Was meinst? Hilfst du dir heute? Ja, ja. Also, legt das Sonntagsgewändchen ab! Ich muss die Bosen anlegen. Bis dann kommt, dass wir das mal ein wenig putzen. Das ist natürlich immer noch relativ dreckig alles. Das ist die Schaltung her. Das tun wir natürlich alles noch neu fetten. Das ist alles ein wenig staubig hier. So, wo brennt es da? Es brennt an diversen Orten, du! Schaltig, oder? Also, du hast ja das Ganze mal gezeichnet. Und jetzt geht es eigentlich darum, das Ganze umzusetzen. Es wäre ja super geil, weil es gibt ja, wie du weisst, diverse Baustellen. Und jetzt zerlegen wir das mal. Dass du vielleicht mal die ganzen Sachen vorbereitest. Zum Drehen gibt es hier ein paar Büchse und Sitz und Zeugs. Was ja auch noch ein Thema ist, ist hier die Büchse, oder? Da haben wir ja das letzte Mal schon gesehen, dass das extrem Spiel hat. Also, der Plan steht. Jetzt wollen wir das schnell zeigen, dass ihr daraus kommt vorher und nachher. Das war quasi vorher. Dann hatte man hier einen Schaltweg. Der war recht lang. Jetzt machen wir folgendes. Wir kürzen diesen unten ab. Gehen von diesem Punkt gleich vorne nach oben zu einer Umlenkung. Und da hinten kommt nachher der Hebel her. So haben wir hier natürlich einen viel längeren Weg. Somit verkürzen wir hier oben unsere Schaltwege. Ist das korrekt so? Jawohl, ja. Das ist ja doof. Wir fangen jetzt einfach mal an. Machen dann mal das Gelenk. Machen mal die ganzen Gestängele Sachen. Und dann sieht man nachher automatisch mit der Zeit natürlich ein wenig mehr. Wir haben zum Glück zwei Drehbänke. Dann können wir synchron, das sogenannte Synchron drehen. Also, fangen wir an durchdrehen, oder? Machen wir Trilli, Trilli. Trilli, Trilli. Schussbrüllen tragen, oder? Schussbrüllen. Ja, Schussbrüllen. Immer. Schussbrüllen. Schussbrüllen. Paukos! Hä? Hast du etwas zum Anmachen, damit du die Uhr rumzwicken? Aha. Jetzt machst du es mit deinem Schraubstock. Hast du mit der Handbohrmaschine. Wie das? Ja, ja, man kann anmachen. Nichts ist da nichts. So ein dünnes Bläschli dort. So, wir haben jetzt die Rohlinge fertig. Das ist einmal eine Stange. Das ist eine simple Geschichte. Einfach schönes Gewinn drauf schneiden. Dann haben wir hier das Ärmel. Das wird nach einem Rahmen geschweisst. Hier haben wir jetzt noch Aufmassen lassen, weil das Ärmel hierher geschweisst wird. Dann wird die Bohrung fertig ausgedreht. Der wird eingepresst. Auch wieder mit Heizen und Schrumpfen. Damit das ein fixer Bestandteil ist. Weil das ist dann die Führung dieser ganzen Geschichte. Das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir machen. Und dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. So, vorab schauen wir jetzt aber noch schnell, welche Länge. Wir haben ja drei verschiedene Längen von diesen Ärmchen. Weil es ist ja so, wenn der oben länger wird, dann wird der Schaltweg kürzer. Ist das richtig? Dann wird er länger. Ah, je länger. Ah, warte jetzt. Nein, warte jetzt. Es wird 40. Also gut, jetzt sind wir mit dem 100er. Stängel. Wir haben ja gesagt, wir müssen es ein wenig kröpfen. Also ein wenig bügen, dass wir da auch weiter hinteren sind, dass das weniger stört. Der wird auf die richtige Länge gekürzt. Genau, dann wird es eigentlich nachher so. Genau, das ist etwa die Frucht. Und da unten nehmen wir jetzt auch gerade zu eis. Dann sieht das noch schön aus. Das passen wir jetzt an. Dann haben wir unten und oben die gleiche Optik. Dann kommt das traumhaftigstens. Ja. Das ist der Plan. Ja. Alles Gute noch! Ein Like. So, der Trick ist jetzt, jetzt ist das Ganze ja heiss wie die Sau, und das nehmen wir jetzt nämlich gleich, um ihn zu pressen. Dann müssen wir nämlich nicht mehr wärmen. Das ist der verdammte Trick, oder? Dann haben wir hier Kältenspray und die Büchse kühlen. Das muss jetzt natürlich in einmal hinein. Oh nein, oh nein! Scheisse! Ui, 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 ui! Das haben wir uns wieder gut gemacht mit der Press-Bosse. Da kann ich wieder verdammtes Uhren-Auto umfangen. Vielleicht übertrieben. Das ist alles für Elefanten. Ich mag es eben für Elefanten und Spatzen, oder? Ja, aber... Ja, etwas zwischen denen wäre okay, ja. Aber, siehst du, das geht nicht mehr raus. Ja. Ja, jetzt spannen wir den schnell ein und bohren noch das Finale. So. Wunderschön. Söderli, jetzt sollte das theoretisch passen. Also, da haben wir jetzt hier die ganze Geschichte. Man sieht es, da sieht man es sehr schön mit dieser Bronzebüchse. Und wie rein läuft das Gegenstückchen natürlich. Wenn wir das Kunststoff schieben, jetzt habe ich dem hier quasi meinen Teil 500 Stel mehr gegeben, dass es zwar nicht klemmt, aber auch nicht sie spielen kann. Absolut zufrieden. Das kann man so geben. Das finde ich geil. Das ist sogar der originale Kolbe von diesem Motor. Das möchte ich natürlich sein lassen. Und jetzt können wir runterlassen. Und dann kann ich da mal schnell draufhökeln und schauen, wie das so ist wegen der Länge jetzt noch vom Hebel, oder? Gut. Oh, so. Ja, das ist ziemlich bündig am Tank. Aber das ist geil. Kannst du mit der Hand, kommst du noch rein? Ich muss da nicht reinkommen. Ich habe die Hand hier drauf. Und dann nehmen wir nur den Knubbeln. Ja. Da muss man noch bügen natürlich. Ja. Da muss man noch knicken. Eher so. Und da wieder ein Retour. Ja. Auf der Linie muss der nach raus. Oh je. Ja. Kärme. So. Also. Wir tun jetzt einmal Punkte. So. Das ist jetzt wirklich nur ganz ein kleiner Punkt, dass sie mal ein wenig halten. Ja. Aber genau so. Also von da ist es schon mal sehr geil. Schön mit dem Schwung. Vielleicht sollte es noch ein wenig mehr raus und der Knick noch ein wenig mehr. Vielleicht ist es noch ein wenig schräg, oder? Aber ich weiss nicht wie schlimm das. Das sieht eigentlich noch sehr geil aus. Der Tank ist ja auch ein wenig bocken. Ja. Und ich habe die Hand eigentlich auch nicht gerade, sondern eher so. Nein. Das ist ergo. Ergonomisch. Also ich tue das mal verschweissen. Kann ja immer im Nachhinein noch ein wenig bügen, oder? Mit dem drauf. So. Jetzt haben wir die Luft einmal ein wenig gefüllt. So. Schweiss. Gut. Das tun wir dann auch eh noch ein wenig verschleifen schön. So. Lassen wir das ein wenig kühlen. Toll. Also. Wir lassen uns das schnell ein wenig abkühlen, die ganze Hebelgeschichte. Dann. Das nächste ist eigentlich nur noch die Halterung am Rahmen. Die tun wir schön satt gepunkt. Wenn das gepunktet ist. Und wenn wir das ein wenig getestet haben. Und ich könnte den Zylinder montieren. Und du könntest. Das wäre noch geil. Das Hüppchen hat immer noch ein wenig Wackelkontakt. Da drin ist ja nicht so ganz Korscha dieses Zeugs. Das du dich dem Hüppchen annimmst. Dann haben wir nachher nämlich eine geile Sache. Wenn der Zylinder drauf ist. Und die ganze Schallgeschichte funktioniert. Dann können wir dann mal einen Proberide machen. Das schaffen wir heute noch. Innen. Mhm. Dann geben wir den mal einen Punkt. Jetzt tun wir das natürlich noch ausrichten. Und jetzt tun wir den Tank montieren. Schnell testen. Bevor wir natürlich final schweissen. Und schauen. Wie das wirklich aussieht. Lichtschereg. Es kommt absolut nichts in den Weg. Optisch. Von hinten. Jetzt ist alles schön. Bogen und krumm. Und das Essen. Also ist es gut. Das schweissen wir genau so. So. Also nehmen wir den wieder auf den Lift. Dann machen wir es so. Tust du das ganze Zeug. Tust du das ganze Zeug einfach mal montieren. Dass man fahren kann. Aber nicht fix. Mit grünem Loctite und so natürlich. Gang montieren. Und die Kupplung anhängen. Weil ich montiere jetzt den Zylinder. Okay. Jetzt sehen wir schön wie die Bewegung überträgt wird. Der Hebel übersetzt. Nach einer Abendung. Schaltung. Urschalten. Aberschalten. Takt. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So. Jetzt hat es da noch. So ein Büchli drin. Oder. Und das hat relativ viel Spiel. Weil das ist da. Das Pandon. Zu dem. Und das ist wohl hinten ist das gelagert. Aber man sieht das hat schon recht viel Spiel. Und wenn das vorne nicht schön geführt ist. Dann gewackelt das einfach. Dann schauen wir jetzt. Dass wir das rauspressen können. Dann dreht der Cyril das Neues. Dann haben wir dort wieder schön. Eine satte Sache. So, schönes Fünkli jedes Mal. Sehr gut. Bestens! Ja, alles. Nicht mehr mehr. Gut, das wird auch gemacht. So, der Lüfterrad ist dran. Hier ist es Null. Jetzt ist sicher der erste Gang schön mittig, oder? Also, zusammen machen! Sehr gut. Also, wir haben jetzt das Ganze zusammengefügt, zusammengesetzt hier. Die Zylinder ist drauf, alles. Jetzt ist wichtig, weil die Schaltung relativ heikel ist, zum Einstellen. Jetzt lassen wir ihn schnell runter, lassen ihn an, und dann schauen wir, ob das geht mit 1, 0, 2, 3, 4. Das ist jetzt der nächste Schritt. Wenn das geht, gehen wir gleich die Probe fahren. Ja, es läuft schon. 1, 2, 3, 4. Es sieht nicht so schlecht aus. Jetzt laufen wir mal schnell ein wenig warm. Und dann gehen wir das abchecken. Ja. Das war bei den Vietnam-Töpfen auch so. Du hattest auch von 2 ins 0, und von 1 ins 0, das ist gar nicht gegangen. Vom 1 ins 0... Vietnam! Vietnam-Töpfen! Keine Ahnung! Keine Ahnung hat er von der Schaltung. Kommt der andere mit Vietnam-Töpfen! Der ist noch nie mehr als zwei Gang gefahren, oder? Sind jetzt 3D-Echnung angezogen? Da habe ich eh nie etwas gemacht. Das sehen wir dann. Hecht tolle Nesl. Jetzt werden wir schauen. Also, nehmen wir das Gerät mal an. Sehr schön! Ja, Sirin! Komm mit! Ja, wenn wir schon können! Da hat er keinen Platz! Oh, schau mal! Feuerungsplatz da! Oh, 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 oh! Also, der Gärtner da! Hättest du dich! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Du kannst schon bremsen, oder? Oh, 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 oh! Hättest du auf mich denn? Weisst du, ich kann mich nur noch ein Jahr mitnehmen. Hättest du dich so als Kinder? Hättest du dich! Ein Männchen wachen! Ja, ja! Oh, 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 oh! Vielleicht komm mit der Krampflügel! Ah! Die Exkel auf der Bank! Das haben wir richtig geil angebracht! Das war jetzt also ein richtig geiles UR-Update, ja! Also! Super! Sehr ehrlich! Ich danke dir vielmals! Jetzt muss ich aber allein noch auf einen richtigen Ride! Das hast du mir richtig! Schau mal! Geiles Wetter! Ich gebe einen Gurzli! Ja, ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir! Ich danke dir! Vielen Dank.